Traum in Rosa – Külie zeigt zum ersten Mal Stummis Barbie-Zimmer Dieses Zimmer bringt bestimmt viele Mädchen hat sie zum Schmelzen. Seitdem eins. Februar ist Külie Jena, 20, stolze Mama der kleinen Stummi Webster. Jetzt gewährte sie zum ersten Mal einen kleinen Einblick in das Zimmer ihrer Tochter und das ist wirklich ein Mädchentraum, wie er im Buche steht. Auf eine Sache kann der aktuell jüngste Katasian Jena Spross sich schon jetzt einstellen, eine Kindheit voller Luxus. Der erste Schnappschuss verrät zumindest schon einmal, die Farbe rosa steht bei der Einrichtung von Zimmer ganz klar im Vordergrund. Und auch ein weiteres, essentielles Element findet sich in Snapchat-Story wieder – der Schmetterling. Auf einem riesengroßen rosa Herz, das an der Zimmerwand prangert, sind einige bunte Exemplare der Flattertierchen abgebildet. Schon im sagenumwobenen Baby-Video war zu sehen, wie sie reich mit ihnen dekoriert. Für die neue Mama und den Kindsvater Travis Scott, 25, haben Schmetterlinge eine ganz besondere, symbolische Bedeutung, nur zwei Monate, nachdem ihre Romanze ins Rollen kam, ließen die beiden sich das Motiv als Part-Tattoo stechen. Außerdem hört auch einer der erfolgreichsten Trucks des Rappers auf den Namen Butterflü-Effekt kein Wunder, dass zahlreiche Fans eine Zeit lang ganz fest daran glaubten, würde ihre kleine Butterflü nennen. Zwar findet der Schmetterling sich jetzt nicht auf Pass, dafür aber zuhauf in ihrem Baby-Zimmer wieder.